Die wird hier aufgefressen. Wollen wir nicht lieber zurück und uns den unschönen Tatsachen stellen? Du kannst der Polizei ja alles erklären. Erklären? Du glaubst, Erklärungen erklären irgendwas? Finde ich schon. Dein Bild von der Welt ist sehr schlicht, Sancho. Wie rührend. Ja, du bist der echte Don Quixote. Zweifelste, Lara? Hör zu. Weißt du noch, vor ungefähr zehn Jahren, da hab ich hier einen Film gedreht. Du warst nur ein alter Mann, den ich gefunden hab. Ich war verloren. Vergessen. Genau, und dann hab ich dich gefunden und dachte, der hat ein interessantes Gesicht. Der hat heute ein ideales Gesicht, um Versicherungen zu verkaufen. Ich stehe tief in meiner Schuld, Sancho. Dank dir lebe ich wieder. Du erinnerst dich echt nicht mehr? Don Quixote de la Mancha. Der Ritter von der traurigen Gestalt. Hier, um das alte Rittertum wieder aufleben zu lassen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Himmels! Zuruf zu. Ich zeige dich, zumindest noch Sorgen es longe hinzufinden. Und zweist als Schmerzel. Begr Reporter an der raunteneindige Unter Editorengesen. sonner. Wel nos Moment eben noch anschaut? Rittertum in die clubs meist.